Ja hallo und herzlich willkommen zu einem Neu-Wart-Heil-Warriors. Wir haben im letzten Part den lieben Onkel Garnon besiegt und werden jetzt also wir haben den Legenden-Modus abgeschlossen. Wir werden jetzt den Abenteuer-Modus beginnen. Die Legend of Zelda. Vor langer, langer Zeit stahl der Dämonenkönig Garnon das Dreifuss der Kraft. Er missbrauchte seine Macht, um das Königreich Hyrule in Angst und Schrecken zu versetzen und es zu unterjochen, um seine Herrschaft bis in alle Ewigkeit zu festigen. Entfesselte er acht Monstrositäten. Link, es ist deine Aufgabe, Garnon und seine Schergen zu bezwingen. Jetzt werden hier uns noch alle Gegenstände aufgelistet. Dieses Intro finde ich ziemlich schön. Das ist aus dem ersten Zelda heraus kopiert quasi und ein wenig mit den neuen Objekten eingefemischt, vermischt, vermischt. So. Möchtest du eine Verbindung zum... Ja, meinetwegen. Im Abenteuer-Modus kannst du neben Herzcontainer und mächtigen neuen Wachen auch neue Charaktere erhalten und deine Charaktere stärker machen. Im Abenteuer-Modus ist es dein Ziel, Schlachten zu gewinnen und neue Gebiete zu erreichen, um den dunklen Herrscher zu finden und ihn zu besiegen. Dein Handlungsspielraum auf der Karte vergrößert sich, wenn du bestimmte Schlachten gewinnst und je höher dein Rang nach einer Schlacht ausfällt, desto mehr vergrößert mit sich dein Spielraum. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das ganz verstanden habe, aber egal. Äh, wir gehen jetzt... Ne. Okay, also wir haben hier die... Das Auge der Waard, dann gehen wir einmal mal hier nach vorne. Äh, okay. Ich sehe da nicht durch. Moment zurück. Achso, hier, 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 müssen wir rein. Sieg 300, Feinde in 10 Minuten. Ja, komm, das machen wir. Das ist, äh, die Karte aus dem ersten The Ledger of Ceylon und jetzt können wir hier uns einen Charakter auswählen. Wir nehmen natürlich zum Anfang mal Link, aber in seinem dunklen Outfit... Oder ah, ne, 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 wir gehen zum Bazar. So, 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 so. Ja, das müssen wir ja auch noch machen. Ich hab ein bisschen offscreen gezockt und... Hm, das Spiel ist echt nicht leicht auch schwer. Aber den Heldenmodus hab ich noch nicht begonnen. Aber mehr kann ich hier jetzt auch schon wieder nicht machen, ne? Doch, 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 da, 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 Flasche. Zwei für Schick. Seht man hier, oh, und Neiros Umarmung 1 für Schick. Hier steht aber nicht der Name von Schick, weil der wurde ja... Na, 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 weil der wurde ja falsch geschrieben. Der wurde nach der englischen Schreibweise geschrieben. Das hab ich aber schon dreimal irgendwie angemerkt. Äh, ne, jetzt können wir aber nichts mehr machen. Finde ich nicht unbedingt toll, aber hey. Moment, also Link. Und jetzt schauen wir mal hier, was... Ne, wir nehmen keinen Druck mit. Wir nehmen einfach mal Link und dann starten wir. Oh, wir werden uns schon angezeigt, es gibt zwei weitere Waffen. Aber wir nehmen den Einhänder und zwar das Edelschwert mit zwei Fähigkeiten. Im Abenteuer-Modus findest du unter Schlachtinfos Informationen zur jeweiligen Schlacht und zu den dort findenden Belohnungen. Im Abenteuer-Modus gibt es Einzel-Schlachten, die du nur mit einem Charakter bestreiten kannst. Und Abenteuerschlachten, in der du an Seite der Verbündeten kämpfst. Okay, Schlacht beginnt. Siege 300 weinen unter 10 Minuten. Der Ex- Spezialfos muss schnellstmöglichst besieg werden. Okay. Also wir haben hier anscheinend eine neue Karte, die ist ein bisschen kleiner. Und es ist eine abgespeckte Version vom Hyrule-Field, bin ich mir grad nicht sicher. Aber wir sollen 300 Weinen unter 10 Minuten besiegen. Das sollte doch machbar sein, weil, komm schon, so schwer ist das jetzt auch nicht. Ich hab das Spiel jetzt glaube ich schon wieder eine Woche nicht angefasst, weil ich halt unter der Woche nicht so oft aufnehmen kann oder manchmal auch gar nicht aufnehmen kann. Heute ist wieder Wochenende Samstag, Yippie. Und was ist das jetzt? König Dodongo? Ja, König Dodongo! Yippie! Na egal, er wird unter unserem Skill zu leiden haben, dieser Fatzgitter. Und von daher werden wir ihm mal einen Besuch ab stattfinden. Da oben sind auch noch ein paar Gegner. Und und da ist König Dodongo hier, komm her, komm her, komm her, mach Feuer! Nein, 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 nein! Nicht das! Komm her, komm! Hallo, lieber König! Nein, du sollst nicht rollen, du sollst mich mit. Hey, was war das denn? Komm her! Jetzt komm mit Speifeuer, Speifeuer, ja! Hey! Nein, nein, mach, mach, mach! Oh Mann! Jetzt, 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 jetzt! Ja, jetzt! Ah, nein, scheiße! Aber mein Schutzschuld hat mich gerettet. Aber jetzt, da hast du! Es gibt ja echt Leute, die hatten beim Final Ganon Fight Probleme, weil sie das Muster am Anfang nicht herausgefunden haben. Das finde ich ziemlich traurig, weil so schwer war das ja jetzt auch nicht. Ich habe ihn, hab die ja vermutlich gesehen, gleich im First Try aber... Die men Ich glaube eigentlich ist das ziemlich unnötig, dass es ihm jetzt besiegt, aber ich mache es trotzdem mal. Vielleicht kriegt man noch irgendwelche speziellen Materialien. Von daher ... Und da kriegst du meine 아이-Taple! und beendet die Fresse so erzieht mir mal deine Materialien auch verhalten egal die Mauer hier hoch also der sollte schnellstmöglichst besiegt werden stand ja am Anfang da jetzt ist er besiegt aus dem Plan des Feindes durch Kreuzerlichen Planen es könnte der Weg gerne mal sagen aber egal wir werden unsere lieben kleinen was sind es eigentlich für Gegner wie heißen die ich weiß gerade ich nicht wie die heißen sorry der Feind hat Verstärkung alt 9 1 schnell ist nun muss kaum muss besiegt muss besiegt werden das werden wir noch mal tun da ist sie schon sie kriegt zuerst mal meine Riesbücher Schakel bei wer 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 ist und da ist sie auch schon fast besiegt hier hast du noch im Schlag und dann bist tot hier ist eine Riesenbombe gut die werden wir doch gleich mal einsetzen um ein paar Gegner Horden wieder zu Metzeln jetzt geht's mal darüber auf die andere Seite der mal schauen was ist so ein neue Gegner wurde es ist egal wir müssen ja nur unsere stimmte Anzahl von Feind 8 von Feind besiegen das dürfte sich bald erledigt haben denn wir haben schon 292 295 297 und 1 2 3 so erfolgreich die P er du hast 300 Feind besiegt sehr gut ich bin stolz auf mich sie ist unser Link ja in der Tat Proxy also ja das ist das wirklich ein und viel die haben nur ein paar Sachen abgesperrt mit so Zäunen mit zum Türen Türen aus Metall es wird schon gelungen sich noch einmal ja ja verstehst schon in den Nenner da Nenner Nenner sehr gut sehr gut sehr gezählt werden so ich will natürlich auch möglichst viel noch ich weiß wieder weg ich bin mir noch nicht ich glaub ich glaube noch nicht mal von Prozent dem 8 mitschwert weitere erhalten weil ich habe nur durch das Update an einen erhalten aber naja neuer Orden Abenteurer im Abenteuer Modus hast du einmal Rang A erreicht okay das finde ich toll ah jetzt können wir hier Impa ist nun in der Galerie verfügbar ah endlich ich habe mir schon neulich gedacht Moment das das ja wir beenden mal kurz das habe ich mir schon gedacht dass wenn wir hier im Abenteuer Modus weiterkommen dass in der Kämpfer betrachten Galerie dann weitere Charaktere hinzukommen ja hier haben äh wunderschön finde ich toll so äh aber egal weiter geht's Abenteuer Modus äh ja weil er erscheint anscheinend auch irgendwie so online links oh 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 man kann hier Skulptur ausbekommen und wir haben das sind schöne 8-Bit-Sprights wir haben schick ein paar äh ach egal los geht's Krieger des Lichtes äh dann nehmen wir jetzt mal Zelda einfach so dann würde uns auch schon angezeigt dass sie noch eine weitere Waffe irgendwann erhalten kann irgendwann erlauben kann weißt du wenn äh die Kamera ein Fall welcher Feind anwesend ist ja das habe ich auch schon rausgefunden ähm ja Schlacht beginnen was soll er jetzt machen Nrl Leute die isolierten verbündeten Einheiten okay hier also oh 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 soll er sich doch gut aus 8 própria habe ich hier pro Produkten Martin féru beraue Regen 치kes vor Allah darf nicht passieren das wird auch nicht so schnell passieren verlass dich drauf Ihr kriegt hier erstmal Lichtpfeile rein, seid tot und dann ist hier noch ein bisschen was zu tun. Da oben sind sie drin. Das sind nicht ganz los wie das Proxy drin. Oder wer auch immer. Ist zumindest eine Fee drin. Ach, da ist ja schon der Festungskommandant. Und wir haben Proxy frei. Fee erhalten. Oh. Okay, das wäre nicht cool, dass hier wenigstens auch neue Elemente reingebracht werden. Die Fee des Blitzes wurde von dir befreit. Ah. Die Bull-Blints rücken vor. Ist mir scheißegal. Ich tue hier erstmal ein bisschen aufräumen. Ich weiß, das ist vermutlich jetzt unklug, dass ich hier drüben rumrenne, weil alle meine Freunde auf der anderen Seite sind. Aber ich renne hier trotzdem mal kurz durch. Weil ich einfach hier in der Nähe war. Ach komm, nee. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Jetzt gehe ich. Jetzt gehe ich da rüber. Hyrule Hauptmann ist in Bedrängnis. Nee. Stoßtruppen. Sie drängen uns zurück. Ah. Egal. Ihr werdet nicht sehr viel gegen uns tun können, denn hier kommt Zelda. Mit Abenteuer starten entsenden Festungen im Grenzbereich zwischen Verbündeten und Feinden Stoßtruppen in Richtung gegnerischer Festung. Wenn du feindliche Festungen erobert, rekrutierst du Stoßtruppen, die dabei helfen, den Feind weiter zurückzubringen. Das habe ich im Legendenmodus schon ständig gewollt. Dass hier auch mal Leute aus meinen Festungen rauskommen und zu den anderen Festungen übermarschieren. Nicht, dass ich irgendwo einfach nur die Festung selber erobern muss. Das habe ich mir die ganze Zeit im Legendenmodus gewünscht. Also wenn das es ist. Aber ich glaube schon. So hier, komm her. So da. Stoßtruppenhampel, Mann. Äh. Ach egal. Wir tun erstmal hier eure kleinen... Eure kleine Festung erobern, die eigentlich meine ist. Von daher. Los geht's. Au. Aufregendkampf. Innerhalb einer Festung mit Elementar-Batterien erleidest der Spielcharakter und all seine Verbindungen kontinuierlich Schaden. Hilfe einer Fee des Feuers, das war es aus des Bitzes des Lichts oder der Finster, das die nur durch erobern, weil die Erwässung befreit ist, verhinderst du diesen Schaden. Verwende die Fee in einer Festung desselben Elements, um die Barriere zu verstören und kein Dings dazu nehmen. Verwende dabei, um die Fee auszuwählen. Das ist auch cool, aber wo steht denn hier, was das für eine Festung ist? Äh, Items-Transport-Soldat. Aha. Besiege den Item-Transport-Typen und erobere den Schatz. Okay, Moment, das mache ich mal kurz. Oder obwohl, hier, die Festung ist fast schon fertig. Dann mache ich das noch kurz. So, Kommandant. Kriegst du hier ein bisschen was rein? Was, 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 was? Nein. Wo ist der Item-Transport-Soldat? Ist er da drüben? Stimmt, ist er da drüben? Der hat die Westweltfestung erobert. Äh, hier ist ziemlich vieler abgehend, deshalb kann ich das gerade nicht lesen. Nachtschwärmer, 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 Nachtschwärmer. Bull-Blind. Ich sehe da eigentlich gerade nichts von einem Item-Transport-Soldat. Vielleicht ist er auch schon, stand ja eben, der will fliehen, aber... Äh, wir werden sehen, was da am Abgehen ist. Seh nur, wie die Prinzessin kämpft. Ja, ja, ja. Kämpf voll pro-mäßig. Floh, nein, 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 nein. Wo bist du? Da bist du, so. Äh, die Unterstützung hebt die Moral von Link. Schön, schön. Wirklichsjahr nicht der Prinzessin zu danken, Link. Ach, jetzt bin ich hier schon wieder am... am Abbrennen. Ein Teil der Truppen von Peroma rückt vor. Nein, 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 nein. Ach, scheiße, der ist verschwunden. Ich weiß ja nicht, wo der war. Alle Tore zu zweitlichen Hauptquartier wurden geöffnet. Ja, ja, schön, schön. Festungskommandant. Ich denke, der alte Transport-Soldat hatte eine Skulptur oder sowas. Finde ich ziemlich schade, dass ich den jetzt nicht bekomme. Aber ich habe halt auch nicht gesehen, wo der war. Oh, aber Peroma ist da. In unserer Festung oder in einer unserer Festung zumindest. Das ist die gleiche Animation. Ne, das sind andere Animation. Also, schon die gleiche Animation, aber... auch wirklich auf einem anderen Untergrund als in der zweiten Mission. Hey, du kriegst da... Moment. Hey. So, da kriegst du, da kriegst du, da kriegst du, kriegst du, kriegst du. Kriegst du Lichtweile. Ah, das ist sogar das feindliche Hauptquartier. Na dann. Pop, pop, pop. Äh, äh, äh. Peroma, Peroma. Ey. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Tod. Ne, noch nicht ganz. Jetzt tot. So eine erfolgreiche P. Aber wir haben keine Skulpturler erhalten. Ich werde eine Siegeshymne anstimmen. Sehr gut. Schick. Finde ich toll. Hier ist der Name richtig geschrieben. Siehste? Ja. Sieg, sieg, sieg. Nanananana. Da, da, nanananana. Na, da, da, da. Zelda sieht in dem Spiel auch ganz schön hübsch aus, ne? Na, na. Habe ich da jetzt was bekommen? Vermut ich nicht, ne? Und ich verstehe das halt auch nicht ganz. Können wir jetzt hier auf der Karte irgendwas machen, oder ist das da? Äh, äh. Verstehe ich nicht. Wir gehen jetzt erstmal hier oben hin. Siege, die nehmen muss gar nicht drum. Okay. Wir nehmen mal Impa mit der Big-Gruhung-Klinge. Vorpostenversorgung, den, ja, das kennen wir ja schon. Kennen wir, kennen wir, kennen wir, kennen wir, kennen wir, kennen wir. So. Schlacht beginnen. Nein, nein. Wir müssen siegen, zum Wohle Hyruels. Na, 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 na. Das werden wir. Siege die, ach da oben ist die, ne Muskar, okay. Und ne, da ist auch eine. Da kriegt die erstmal was rein, bäms. Und ist schon Geschichte. Also das war enttäuschend von ihr. So. Äh, da drüben ist noch, sind noch welche. Warte doch, meine lieben kleinen. Toten. Äh, da drüben ist noch ein Moment. Wie gehen wir dahin, wir gehen, wir gehen, wir gehen so, wir gehen so dahin. So, jetzt hier rüber, da drüben ist sie. Willkommen. Warte, 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 warte. Da sind wir schon. Hallo, hast du uns vermisst? Ich habe uns doch extra beeilt. So, und jetzt kriegst du bäms tot. Sehr schön. Feindliche Feldmarschall wurde hervorgelangt. Der, wo ist er denn? Da oben ist er. Feindlichen Truppen. Oh, Stoßtruppen, Stoßtruppen, Stoßtruppen. Einten, das Huhn wohl auf dem Stachtfeld gesichert. Oh nein. Wo ist es, wo ist es? Ah, da drüben ist das Huhn. Komm hier, Schlaggershund, Schlaggershund, kleiner Bubblühen. Bockblühen. Schlagg ist, Schlagg ist. Ja, jetzt schlagt es, Schlagg ist schon, Schlagg ist. Schlagg ist, Schlagg ist, Schlagg ist. Schlagg ist, Schlagg das, Schlagg das, Schlagg das, Schlagg das, Schlagg das. Schlagg das, ach egal. So, dann kriegt ihr hier halt rein, so, egal. CD8, der feindliche Feldmarschall ist da oben. Ich könnte natürlich auch hier einfach mal die Festung erobern, aber nee, 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 wir wollen ja möglichst viele, möglichst hohe Ränge bekommen. Daher. Es ist auch so, hier ist schon wieder das mit dem Blitzdings, ja, 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 ja. Nein, 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 kann ich hier ist, ist die Feder, nee, die ist nicht da, weil ich die hier in der Mission ja auch noch nicht bekommen habe, wenn sie überhaupt welche gibt. Ich verstehe das System und nicht so ganz, merkt ihr vielleicht, ihr müsst mich aber auch nicht aufklären, weil ich, wisst das, hochgeladen ist eh schon, mit dem Arbeiter, wo du es fertig sein werde, denke ich mal, wenn es ganz gut läuft. Oder wenn ich die Videos einfach zu langsam veröffentliche. Hä? So, da kriegst du tot. So. Ist so erfolgreich. Ach so, dann ist schon abgeschlossen hier. Sehr schön. Er hat gut gekämpft. Das Schicksal war uns heute ruhige Sonnen. Und na, 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 na. Okay, also, das sind immer, oh, da, da war eine Fee. Okay, schon gibt es in allen Missionen solche Fee. Die gelten aber auch nur Pro Mission, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ne? Will ich aber auch hoffen, dass ich das verstanden habe, nicht. Na, 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 na. So, ach, Mist, besiegt habe ich nur Rang C. Aber ein Item für die Karte habe ich freigeschaltet. Das ist ja doch gut. Na, 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 na. So, du hast die Itemparte Kerze erhalten. Brauchst du Itemkarten im Erkundungsbeeschirm des Abenteulmodus, kannst du Geheimnisse der Weltkarte aufdecken. Erlange Itemkarten, indem du Kämpfe gewinnst, die mit dem entsprechenden Symbol versehen sind. Mit jeder gewonnenen Schlacht erscheinen neue Symbole. Hast du eine Kerze? Du hast eine Kerze, also lass uns suchen, um eine neue Belohnung freizuschalten. Suche an der auf dem Link angezeigten Position. Andere Spieler, die die Online-Funktion nutzen, erscheinen als Link in einer anderen Farbe auf der Karte. Gewinne die Schlacht, um ihnen zu helfen. Schlachten mit diesen Online-Links sind erheblich schwieriger, als aber du erhältst auch bessere Waffen und Belohnungen. Karten mit Online-Links, deiner Freunde erhältst du bessere Belohnungen. Okay. Oh, wir haben jetzt ein... Oh, da gehen wir hin, oder? Wer ist das? Felix 1, 2, 3, Leonie. Na, machen wir mal. Oder? Ich verstehe nicht ganz, aber wir machen trotzdem mal. Wir machen einfach mal, wir schicken wir jetzt mal. Wir werden Sturm, so ja, schön schön. Trainingsraum kannst du die... Oh, Stufe 3, ha, das ist jetzt schon so lange her, hier, ne? Ha. Na, 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 na. So, Schlachtbeginn. Hey, Ruhl zum Ruhm. Oh, wir sind im Wasserranchen. Santos da oben. So, da kriegst du kriegst du kriegst du noch schwerer. Ich zum Bekampf nicht da reinstehen. Natürlich. Und, wo ich... Na, 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 na. So, okay. Da drüben ist ganz viel... Treasure am Abgehen. Moment. Moment. Ja. Vollpfostenhauptmann, mit Kunstmusik, so. Äh, wir siegen den Sonderheit, Anhalt, Anführer, bevor die Sonderheit... Weiter konnte ich nicht lesen. Äh. ich denke mal ich muss zu dem Typen hier weil er so wunderschön leuchtet und generell ziemlich cool aussieht da kriegst du kriegst du kriegst du kriegst du kriegst du kriegst sagt er kriegst du okay der ist schon mal tun aber das war der falsche ja das war richtig du kriegst jetzt trotzdem der zugeschrieben immer noch nicht aber jetzt sehr gut ist aber ich auch alles voll mit gegnern so da in die mitte müssen wir das ist noch ein frostnacht sperma da ja aber nicht mehr rostendacht sperma auch auch noch Prozent ja da kriegst du abwärts kriegst du kriegst du kriegst du kriegst du trotz jedoch nicht aber zumindest die Hälfte oder jahr sogar die Hälfte ausgewicht und so kriegst du kriegst du kriegst du wo bist du hin da bist du warte kurz ich kann mal schauen dann kriegst du ey ey nicht nett nicht nett ey finde ich echt nicht nett ey man ey na gut du stoßt man muss auch geschichte da unten ist noch ein na aber Mensch die erster mal kurz Prozent darüber weil er ist oder ist noch ein Stoßdruck Fuzzi ich gehe darüber weil da ist gerade ziemlich viel abgehen auch Mist hat sich zurückgezogen war das der Feldmarschall Spocko wir haben auch schon wieder hier meine Stützpunkt eroberten Volkpfosten wenn ich nicht nett von euch aber das können wir ändern können doch ganz schön zusammenarbeiten und so Zellas in Bedrängnis nein 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 gleich nicht mehr ich darf diesen Kampf nicht verlieren dieser unten Stoßtrum Stoßtrum egal 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 wenn wir gehen hier durch weil da drüben ist noch eine Feindtüche ein feindlicher Hauptmann Hauptfrau Hauptfrau was immer man will wo ist er da ist er da ist er da ist er und kriegt Mist so komm da kriegst du 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 Sonderheitenanführer ok warte den werde ich gleich mal besiegen erst mal habe ich den hier besiege den Sonnheit Sondereinheiten Spaß bevor ein anderer Sondereinheiten Tybi gerufen werden kann oder so äh Truppen von Santo in Richtung Hauptkonti vor nein 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 das werden sie nicht auch Ostdorf Schmerz hier ist eine Fee wenn wir uns kurz machen oder es hat du sie den feindlichen Feldmarschall ja 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 dunkel Santo den gibt es auch noch hm gibt ja echt alles hier aber gleich gibt es hier nichts mehr da wer ist das scheiße ja wie komm ich denn da rein die ist zu ordentlich da jetzt lang scheiße hey 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 nicht cool so da Sonderheitenanführer du kriegst jetzt erstmal was rein da 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 ja tot ne noch nicht jetzt tot nein jetzt ruft er keine Verstärkung mehr bitteschön äh wo ist der Festungskommandant da drüben Westkammer steht kurzer Fahrt zu fallen scheiße äh so wo muss ich jetzt hin zu dunkel Santo denke ich mal der macht ihr auch ziemlich Stress gut gemacht ja es war auch von mir zu erwarten aber ich tue erstmal hier den Schmacken noch besiegen sehr schön diese Festung gehört jetzt uns äh wo ist dunkel Santo hin da ist er jetzt mach halt ne Attacke ja sehr gut aber deine Schwächenanzeige erscheint nicht das finde ich nicht schön komm jetzt mach halt oder du kriegst dir das rein ding 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 aber das kriegst du sowieso von daher scheiße wo ist eigentlich unser Hauptquotier auch da oben oder oh 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 Moment 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 ey wo ist der Typ in dem ich helfen soll da Schick hat den Hyrule Hauptmann gerettet ich weiß ey wo bist du komm runter da bist du danke für die Hilfe so komm jetzt geht bald dann sterben so kommen da vielleicht schatten wir ihn ja sogar freigleich den Santo schickert um das hat nur besiegt zurück in die Dunkelheit mit dir ungeheuer jaja jaja frostnacht wärmer stimmt das Hauptquotier was nein scheiße schnell dahin hier rennen wir ach nee das ist da oben scheiße äh Moment oh jetzt auch ein bisschen was am abgehen ey lass das ich muss da hoch 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 Rennrenrenrenrenrenrenrenrenren schick schick rennen rennen zumindest glaub ich das da oben unser Hauptquotier ist wenn nicht dann wäre das ziemlich scheiße jetzt haben wir doch schon fast eine halbe Stunde vor ne wir haben schon eine halbe Stunde vor Scheiße, jetzt muss ich mich aber echt beeilen. Das stimmt wieder alles asynchron und so. Stoßtruppen, Stoßtruppen, schön, 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 schön. Aber unser Hauptkontier ist dabei zu fallen, oder ist das das feindliche? Egal, oh, hier ist der echte Santo. Da fühlt sich wieder cool. Oh, jetzt redet es nicht um. Ja, ja, schön, schön. Finde ich ja toll, dass du uns so empfängst. Eigentlich hätten wir ihn während seiner tollen Animation schon tausendmal besiegen können, aber, nö, wieso denn auch? Der Ursopator, Santo. Ich habe im Übrigen herausgefunden, was Ursopator heißt. Das heißt so viel wie Thronräuber oder Thronstürzer. Das ist ja auch das, was er getan hat, ne? Er hat mit einer Form vom Thron gestoßen. Aber gleich würde er niemanden mehr vom Thron stoßen können. Wow. Heiro Hauptmann ist in Gefahr. Jetzt nicht. Ich bin gerade dabei, Santo zu besiegen. Was heißt eigentlich verlieren? Äh. Steht ihr, glaube ich, nicht drin, oder? Charakter. Geht was. Status. Santo. Charakter. Ne, vielleicht steht das im Schlag. Chilow. Ähm, nein, keine Ahnung, egal. Ich besiege so oder so jetzt erst mal Santo. Komm. Du bist gleich tot, mein lieber Thronstürzer. Äh, nenne, äh, Bombe. ja jetzt machen halt irgendwas steht aber so als ob er angreifen will aber er greift mich an ja dann verbeugt ich halt vor der mega hand man die haben halt auch alle irgendwie doch scheiße das in gefahr ja war auch irgendwie alle keine schwächen anzeige wir benötigen unterstützung sofort nein kann gerade nicht Sandow durch mich aufhalten es auch verständlich was um Spackow angesterben Heimann Hauptmann wohl betrieben ist aber jetzt gehe ich sterben da nein nein er war jetzt um Fallum von Fallum 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 sehr gut komm du bist fast tot da kriegst du noch ein paar Bomben rein Bonsport Bomben so da der Gang am Sterben Mann 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 wer hat es auch nie er hat sich sterben er sagt es ist dass die Sterben Mann so tot sehr schön wir haben die Mission geschafft sehr schön und es ist was erschienen kann ich mir das jetzt noch holen ach so das wird automatisch an sich genommen und was ist es eine Waffe naja ich hätte mir schöner was vorstellen können naja 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 aber egal wir werden jetzt noch kurz uns schick sequenz anschauen und dann würde ich sagen jetzt wird uns vermutlich noch irgendwas neues vorgestellt vom Abenteuer-Modus-Erne und so und so und so und so und so und dann sag ich schon mal tschüss das ist es oh no b nur einmal scheiße n ne die hat fünf Sterne ich weiß mich doch nicht raus schmeißen um hier draus kommt es kommt brauchen wir nicht Sandus magisches Juwel Frost ist und eine Gipto-Bandage sehr schön sehr schön sehr schön sehr schön so ne und so nix gesagt aber wir können hier irgendwie ist gut oder ich weiß nicht was ist mit Skulldor jetzt ist also stimmt das war stimmt das weil hier das mit dem Online Link stimmt da war ja was da steht da Suche, Fragezeichen na egal bis zum nächsten Video, tschüss!